hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier haben wir noch von euch ein neues live kommentar mit mir am start und ich habe jetzt mal wieder hier den michael am start und er ist sehr motiviert das hört ihr schon und ich sterbe natürlich wieder von drei leute weil ich mal wieder allein als einzigster oben bin wieso kommst du eigentlich nie mehr nach oben alter ja weil oben unnötig ist nein oben da kommen alle das ist ja schlecht dann stirbst du oh ich war kackler gegen die achsen noobs alter oh mein gott läuft bei ihm mit alter mit call ich habe keine t-boot ist jetzt schlecht dass du keine t-boot und dieser impact blue kostet jetzt schon so mein aim alter mein aim ist also ich krieg schon wieder haufenweise assist man da davon krieg ich den überfluss alter kommt er noch hoch da kommt er noch hoch da kommt noch einer alter ich bin echt tot man ich hab ja lange gesniped oh ich hab kill gemacht gemacht komm die müssen wieder da spawnen oder auch nicht so hab noch zwei meter t-boot weg geholt da kommen jetzt noch welche hoch oh mein gott läuft bei ihm ja ich hab's ja da kommt noch einer hoch hmm scheiße kriegs braucht nicht getroffen jetzt habe ich keine waffe mehr hmm ich hab es nicht ich bin nur fahrer Loll wie schnell war der Tod So Wo sind die gerade? Ja bei mir Wo bist du? Blau Ich muss erst mal eine neue Waffe finden alter Ich hab keine Ich hab ja vorhin die T-Ball aufgehoben Ah da liegt einer Da steht jemand über die AK So Da kommt wieder ein Hochschalter Blau Warte ich komm hoch Ich komm hoch ich mach das Ich hab glaub ich schon alle Ne da hängt einer Da hängt er auch noch Ah Alter hast du das gesehen? Ja Geht er zur Seite Alles was hasse ich doch Was bewegt er sich? Alter warum haut die ab man Hä? Warte ich will den Damit Ich muss nachladen Das geh ich dir nicht so Komm hoch Ich stehe da oben Ich stehe da oben Da oben ist noch einer Warte ich hab T-Ball Ich hab rausgekommen Ich hab rausgekommen Kann ich verbrauchen Kann ich verbrauchen? Versuch Komisch Ich mach mal trotzdem noch ein paar Kill sind Nein Okay Okay Was brauchst du noch? Ich hab 10 Ich hab's Ich bekomm kein Geld Ach Ach schon wieder dieser scheiß Bug alter Du musst spawnen überhaupt Ja unten Ja da unten Du sieh mir nicht Bei blau Blau oder rot Bei rot unten Nein ich fall runter Ich bin Trottel Das Biesten Person alter Der schon wieder alter Der Junge fang mich am meisten ab alter Ich hab 12-0 Alter kommt da noch hoch Ich seh's Und da hängt noch einmal Ich weiß Ich hab alles gesehen Ah alter Rache Alter der schmeißt ne Granate Die eine werd ich weg Komm noch Rache alter hinterher man Ich hasse Rache alter Wie kann man mit Rache Baup spielen man Ich versteh das nicht Er kann mich durch die Wand killen Das ist doch immer so alter Achso halt schon Der hat ja nur mein Cap Also der hängt da ja immer noch alter Wolle ich viel Geld bekommen sonst Ist das mir nix Da wo sind die man Wo Bei blau Bei blau Ja Gold Da stieß einer Ja da kommt da noch hoch Kommt einer hoch Wo kommt denn hier einer hoch Wo Kommt doch gar keiner hoch Was laberst du Doch da war er doch Alter Wieso jetzt stirbst Da ist der da oben Nein da hat's Er hing gerade jemand Alter Also war er da oben Ja aber ich hab's nicht gesehen Plötzlich stand einfach Der hat ne Granate geworfen Plötzlich stand der einfach Er hing der einfach da man Wie so ein Wie so ein behinderter Sooo Oh mein Gott erschreckt mich nicht so Das besser Ein Pferdekopf den du auch hast Da Ich will auch ein Pferdekopf So Dann kauf dir ein alter Das ist best alter Der koste ein paar Cent Der koste nicht viel Double Damage Bazooka alter Ich will ich Ich muss nachladen Ich muss drauf in der Snapper Nachladen Plötzlich steht jemand mit einer Bazooka vor mir Alter Alter Wann ist genau Nach oben ist einer Ich geh jetzt nicht nach oben alter Das ist ja nur Selbstmord Die Gegner können nix aber Ich will mich heute her Woher Ich will das Das ist ja Sind wir oben Was Ich Ach so Ja wir sind oben Okay Da kommt zwei Gegner Wo Nein Ich hasse Double Damage Jetzt mal mit 4 5 3 Schuss 4 Paare tot Die hängen da noch ein paar Die hängen da noch ein paar Alter was Alter die hängen da ja wirklich noch Alter Warte lass Ich bin irgendwie bekommen Keine Ahnung wie Jetzt falle ich runter Wie spiel ich eigentlich 15-5 Da hängt Da ist er schon wieder Da ist er schon wieder Ich verstehe nicht warum die alle hier rumhängen Warum hängen die alle hier rum Alter die mit Guck mal die mit der scheiß Rache alter Ich bekomme kein Geld Das ist Ich steppe ganz Ich bin jetzt schon zweimal durch Rache gestorben Das ist viel unfairer Boah was sind das für Runde Rächtige So Okay meine Freunde Das war's von meiner Seite aus Ich hoffe es hat natürlich Gewalt Und Michael hat wieder das letzte Wort Das letzte Wort mit seiner Best Verabschiedung EU Ciao